Hallo, ich bin Orange. Dieses Mal, nach der Begrüßung, muss man selbst vorstellen oder muss man sich einander kennenzulernen. Deswegen, heute sprechen wir über die Vorstellungen. Hier ist die Umgangssprache für die Namen. Man fragt, dim cheng fu a, dim cheng fu a. Das heißt, wie heißt du? Und wenn man sagt, ich heiße, zum Beispiel, ich heiße Orange. Das heißt, no kill orange. Das Wort no bedeutet ich. Ich oder mich oder mir, alle gehört zu no. Es gibt kein Subjekt, kein Objekt, kein Dativ, kein Genitiv. Das ist schön. Und hier bedeutet und du, und du. Das heißt, ne ne, ne ne. Außer no kill kann man auch no hai sagen, um sich vorzustellen. So, eine große Wiederholung. Diem cheng fu a. Diem cheng fu a. Diem cheng fu a. Wo gie Orange. Ni ne. Was hai. Was hai. Wenn es nicht so deutlich, ich brechen noch einmal. Diem cheng fu a. Wo gie Orange. Was hai. Was hai. Was hai. So, heute ist der Name. Ich hoffe das ist ganz deutlich, vielleicht das ist ganz schnell, aber wenn du eine Frage stellen möchtest, bitte check mir eine E-Mail und diskutieren darüber noch weiter. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Tschüss!